Wir haben echt viel probiert, ja. Und es war gut. Die Penkets hatten wir eben auch. Die waren auch sehr gut. Es war sehr beliebt, ja. Also es ist für mich das erste Mal, dass ich hier bin heute auf dem Santos Grillfest. Gefällt mir super gut hier. Ich habe mich heute begeistert und wäre durchaus eine schöne Sache, sich vielleicht auch mal ein bisschen professioneller zu bewegen. Es schmeckt alles super, macht total Spaß und wir freuen uns auf die nächsten Stunden. Und man nimmt auf jeden Fall mit, die Gerichte selber, so wie es angerichtet ist. Wir haben alle Spaß dabei. Und darum geht es ja beim Grillen. Dass man den Zusammenhalt hat mit den Leuten und dass man sich dann halt einmal im Jahr halt auch nur zum Grillen trifft und zusammen feiert und zusammen Spaß hat. Also dieses ehemalige Industriegelände passt natürlich sehr, sehr gut zum Style der Grill. So ist es. Wow. Cheers. Man kann draußen den Jungs halt auch Fragen stellen und dann auch sagen, alles klar, den Grill, den hier draußen steht, will ich mir jetzt hier drinnen mal genauer angucken und ob das was für zu Hause ist und dann kriegt man auch die Beratung hier drinnen direkt dazu und kann halt überlegen, ob man den mitnehmen möchte oder nicht und das funktioniert auch super hier bei dem. Das ist auch genau das Gleiche, Beratung ist top und Qualität stimmt einfach und deswegen gute Kombi. Eigentlich kann man nicht viel zu dem Unternehmen sagen, das spricht für sich selber. Nächstes Jahr ist es wieder gesetzt, wir werden wiederkommen. Ja.